Fünf Finger bleiben heute raus. Der eine sagt, kommt, setzt euch zu mir. Wie wird das was mit mir? Und wie wird das was mit mir? Ich sage das nicht mehr aus. Und der vierte, der hat letztlich Schritte. Der fünft, der fünft, der fünft, schnell die Tür. Und sagt, der Nikolaus ist da. Und heute geht der Nikolaus wieder mal von Haus zu Haus. Einen großen Schöpensack trägt er hochgepackt. Was ist in dem Sack wohl drinnen? Viele, viele Mandarinen. Schokopitzen, braune Nüsse, Sternenkekse, Apfelsüße. Nikolaus, ich bitte dich, mach schnell den Sack auf für mich. Diese. Heute bleiben die fünf Finger zu Haus und warten auf den Nikolaus. Der erste sagt, komm, setzt euch hin. Der zweite dauert das Warten schwer. Der dritte sagt, das dauert mir zu lange. Der vierte hört plötzlich Schritte. Der fünfte öffnet schnell die Tür. Und ruft der Nikolaus hier. Der dritte geht dann Nikolaus wieder mal zu Haus. Fachpuffach. Einen großen Schöpensack trägt er hochgepackt. Was ist in dem Sack wohl drinnen? Viele, viele Mandarinen. Schokopitzen, braune Nüsse, Sternenkekse, Apfelsüße. Nikolaus ist hier. Ich mach den Sachsen auf für mich. Fünf Finger bleiben heute zu Hause. Der eine sagt, komm, setzt euch her. Den zweiten, dem fällt des Wagens leer. Der Kriter sagt, das dauert mir zu lang. Er hört, da fehlt der nächste Schlitter. Der kleine macht schnell die Tür auf und ruft, der Nikolaus ist hier. Heute geht der Nikolaus wieder mal von Haus zu Haus. Einen großen, schweren Zack kriegt er Huckeback. Was ist in dem Zack wohl drinnen? Viele, viele Mandarinen. Zuckuprezeln. Braune Nüsse. Sternenkekse. Apfelzüße. Nikolaus, ich bitte dich, essen wir schnell den Tag für mich. Zuckuprezeln.